Jetzt wird's richtig toll, weil jetzt wird's zum ersten Mal lustig. Es ist die Zigger-Kampagne mit dem Titel Die Rache des Scheißhaufens. Müssen wir jetzt zurückstellen? Nein? Das ist auch keine eigenen Sounds. Keine Ahnung. Das Level heißt Orange trickt nur die Müllabfuhr. Ja. Orange trickt nur die Müllabfuhr. So, wie heißt sie? Die Zigger-Kampagne mit dem Untertitel Die Rache des Scheißhaufens. Zigger? So, das was Sie jetzt sehen. Bitte auf Mensch umbasteln. Es gibt jetzt nämlich zum ersten Mal ein eigenes Volk. Geil. Aber ich möchte kurz für mein Ego sagen, dass ich eigentlich als nächstes ein eigenes Volk gemacht habe. Und das gibt's aber nur noch nicht in der Kampagne. Die Ankündigung. Der geheimnisvolle Auftrag. Der Wind wehte über die Felder und die Sonne stand hoch am Himmel. Als ein geheimnisvoller Auftrag die Zigger erreichte. Wow. Als wäre ich dabei. Ich dachte, du machst... Nein, das sollte Wind sein. Ich hab's genau erkannt. Ich hab mich gefühlt, als wäre ich dabei gewesen. Ja, ich fand das Feeling, das hat richtig Stimmung in den Raum gebracht. Ja. Ja. Wetter, 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 wetter. Wetter, 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 wetter. Wetter, 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 wetter. Wer guckt denn dazu? Niemand. Hallo. Das ist ein Bot. Vielleicht ist es ein Lurker und die wollen nicht angesprochen werden. Dann gehen die mal. Lebendige Stück Scheiße. Was ist geschehen? Was ist passiert? Der karetet doch eh nie. Jetzt ein Fehler. Nein, der redet nie. Guck ab. Ich muss nur auf jeden Satz. Ich hab das schon wie durchgezogen. Oh, sie ist tot. Das funktioniert nicht, weil du die Dateien mit SZ benannt hast. Darum ging das auch schon früher nicht. Darum sagt er immer nichts. Ach so. Lebendiges Stück Scheiße. Ach so. Ja. So, was können wir denn? Scheiße spritzen. Der hält Spritzgegner ein und diese eklige Scheiße scheißt den Gegner so zu, dass es sich auch tot kotzen kann. Wow, da sehen wir wie alt Johannesbrot war, als er das gemacht hat. Oh, er soll das immer noch so machen? Nein, nein, nein. So nicht. Lass mich das mal machen. Gibt es neue Karte? Warum sind die nicht gold? Das war aber letztes Mal auch so. Ja, ich weiß. Warum sind die nicht gold? Stimmt. Das war eine Kacke. Also gelb, aber trotzdem. Also zweitlos, dreimal zwei. Was wollt ihr? Darum heißen die auch goldene Arbeiter. Zweimal drei plus zwei? Was wollt ihr? Das steht aber nicht im Bauplan. Wer hat das jetzt gesagt? Mit der neuen Schöne-Konquests. Vernichte die hinterhältigen Nachtelfen im Auftrag der mysteriösen Personen. Mysteriösen. Oh, ist das die ganze Zeit so? Ja. Guten Abend, Sugardang. Oh, hallo. Hallo. Was soll ich machen? Hallo. Sklavenkodobeste? Oh nein. Die holen Müll. Also Müll ist... Holz. Nein, Müll ist Müll. Ja, genau. Das ist richtig schön. Lags wieder nachts im Bett und hast gedacht, ich mache eine Komplett. Ich habe mich da reingesetzt, habe angefangen zu bauen und nie drüber nachgedacht, was ich gerade tue. Das ist so, wie du. Oh, Sugardang hat auch Grippe. Oh shit. Alle haben Corona. Nein, nein, nein. Hast du auch schon Corona? Schön, ne? Du, jeder sollte es mal gehabt haben. Ich habe es auch noch nicht. Die konnte das immer gemäßt werden. Du musst auch immer mal reden, wie das heißt, was du baustest. Ja, ich habe jetzt einen Müllschlucker gebaut. Was steht da? Müllschlucker. Dient als Abladepunkt für den geschlagenen Müll, der dort in Holz verarbeitet wird. Mhm. Bietet auch verschiedene Ausbaustufen für Müllgewinnung und Bau. Müllgewinnung. Ein Müllvolk haben wir. Das ist doch schön. Zuchthaus. Primäres Truppenproduktionsgebäude. Bildet Se Stein, psychisch gestörte Pferde und Nazi-Laborversuch aus. Bietet auch die Ausbaustufen, Verteidigung, Dimensionsriss, Verstärkung und Kampftierausbildung. Handels- und Planungsgebäude. Frostködelproduktion. Warum ist das jetzt nicht? Deine Sachen würdest du alle... Mann, da steht dasselbe wie beim Haupthaus. Woher willst du das wissen? Vielleicht habe ich es gelesen habe. Lieferant Nahrung, Frostködel, wodurch die maximale Anzahl von Einheiten erhöht wird, die ausgebildet werden können. Naja, verdammte Hütte. Technologienmarkt. Baum. Es ist ein Baum. Du hörst auf damit. Ich möchte so ein Kodo haben. Könnte ich die bauen. Ja, wo kann man die denn bauen? Ja, das Boot. Was soll ich das? Ach, da sind sie doch. Mitte, 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 Mitte. Ihr geht von links nach rechts. Der einfach nur dumm ist und Holz holen kann. Ich muss erstmal Fisködel bauen. Sehr klar. Ich kann ja nicht weitergehen. Das ist total logisch. Das steht aber nicht im Bauplan. Oh, das ist gut. Und ab der nächsten Kampagne haben wir angefangen mit Videos und so, ne? Die nächste ist die Mordland-Kampagne. Ich habe die schnellen Schuhe an. Die darfst du eigentlich gar nicht haben, Fuhr. Die ist tot. Ich will die jetzt sterben lassen. Deswegen kann ich die jetzt mit Kunden nutzen. Doch nicht. Oh, Alter, mit diesem Scheiß, ey. Das ist aber auch nicht so heftig früher. Das ist von der Vorstellung erstellt. Entschuldigung. Nur weil du nicht siehst, dass er baut. Vor allem, das ist in der... Achso. Achso. Das ist die Bauanimation. Achso. Das ist eine eingefrorene Trustküdel. Das ist keine eingefrorene Trustküdel. Entschuldigung. Bescheißen. Bei Angriffen von den psychisch gestörten Pferden, Klapsen, Spermien, Steinen, Hartz-Laborversuchen, Viren, Book of Golden Rules und Truststoffe erfolgt. Wie geil. Bescheißen. So, jetzt machen wir hier mal ein paar Koros. Wie der Milchschluck einfach aussehen. Der ist viel heftiger als bei Star Wars. Geil. Ich finde auch wichtig, dass die das Gold aus einem Greifenhaust holen. Das andere macht ja auch Kennsehen. Ja, richtig. Die klauen denen das Gold, was die gesammelt haben. Ja, das ist doch total logisch. Gesundheit. Haben die keine Goldmine oder sowas? Nein, noch nicht. Was, wenn du da bist? Ja. Was, wenn du da bist? Ja. Das ist eine Goldmine. Das ist eine Goldmine. Das Greifending. Dann könnt ihr nachlesen, wie das funktioniert, dass die davon Gold kriegen. Bei den Arbeitern. Ne, bauen. Da kann man sich Einheiten downloaden. Bin sehr gespannt, wie die Einheiten jetzt hier aussehen. Jetzt will ich mir nie erfahren. Ich bin immer so ein Typ, ich entwickle mich erst voll. Ich entwickle alles. Ich glaube nicht, dass die Level schwer sind. Mach ich auch. Vor allem beim neuen Volk, das muss man noch ausprobieren. Den hole ich mir. Los, lebendiges Stück Scheiße. Dann kannst du ja mal mit Scheiße auf ihn spritzen. Wow. Wow, das war ein unglaublicher Kampf. So wurde es geknett. Los. Oh, ist das schön. Grüne Scheiße. Er soll das richtig durchfallen. Er soll das untersuchen sollen. Was? Ich kann reden. Was? Ich finde, das ist der beste Held bis jetzt, oder? Ja, absolut. Auch, dass das mit Bindestrichen gestrieben wurde. Verstehe ich nicht. Man Gamze Ich hoffe nicht. Ich will sogar verbessern. Mü lava. Ich glaube nicht, dass die Luftkira wirklich eine informomerische was sind das für Sounds? das ist der Weltuntergang draußen, Corona-Zombie-Armee ich meine eigentlich die Sounds von denen arbeiten doch wow, schön dass er das sieht crazy ich bin schon dran Urinmarkt ich hab Humor ja, man muss halt ein Trademark hier sagen das hat nichts mit dem Trademark zu tun, das hat wirklich wohl du kannst sie auch 30 mal anklicken, dann explodieren die hast du mitgezählt? ich weiß nicht wie oft und ich weiß nicht ob das in dem Spiel auch ist Luftanheiten können nicht angegriffen werden wow ok so, The Stein vielseitig einsetzbarer Stein dieser Stein hat den Ehrentitel The erhalten, weil er von Voldemort gegen Harry Potters Kopf geworfen wurde kann die Verteidigungsfähigkeit erlernen der Stein ist das also guck mal sogar Sugar Diamond kennt deinen Feldarspruch wer kennt ihn? so, bietet verschiedene Einheiten zum Download ein jeder kennt mich weltweit bekannt ja hast du bekannt wie? das ist sicher Buggy wo ist das denn nochmal? äh Master Quest Master Quest Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest was hat das denn gespielt? tja wir haben das komplett durchgespielt kannst du dir das vorstellen wie hast du nochmal fuhr? krass echt? ja also ich finde das wirklich bemerkenswert ja das war ultra lang ja hat das durchgespielt? wann haben wir das denn gemacht? ja ich weiß eigentlich was das für eine Zeit war dass wir dafür Zeit hatten da war doch der Durchgang zum Griechen und sowas ja oh das war noch Zeiten wenn ich das heute jemandem erzähle dann lacht keiner find keiner lustig hey du hast den auch abgebrochen was hat sich? was hab ich gesagt? der baut ist die Technologie mag nicht weiter oh macht ja nicht wenn man weiter keine Animation ist das kann jedem mal passieren das irritiert mich diese Dinge männlich weiblich hä? was? warum gehts gerade? das irritiert mich einfach ich weiß nur fuhr ich weiß nur fuhr the golden rules wenn die golden rules dich nicht mögen hast du Faschisten ich weiß nicht das hatte mal irgendwie Sinn das war so ein Insider den kein anderer kennt Virus downloaden Virus der dazu erschützt wurde böse Leute zu moppen und seine Bugs auszunutzen nice ins Insider mit dir selbst oder was? mhm cool 2 plus 3 mal 2 was wollt ihr? hä? da konnte das nur genehmigt werden hä? das schmuck ist eigentlich lass mich das mal machen das ist die die Voice vom alten Elfenarbeiter 2 plus 3 mal 2 was wollt ihr? ich weiß auch nicht wie ihr die Zeit dafür gefunden habt das komplette Zelda LP zu gucken achso ah crazy wir hatten die ganze Zeit ein Zuschauerfuhr ja und zwar Sugar Diamond ja danke oder mein Beileid weiß ich nicht ne das war schon sehr schön das hat aber Spaß gemacht gesehen davon dass ihr es abgebrochen habt hä? haben wir nämlich was mehr ist oh oh nein geil geil richtig geil aber egal ich hol's den Müll da drum rum ja mach ich jetzt auch los Müll Kolos Kolos just do it psychisch gestörtes Pferd ausgezeichnetes Werfpferd effektiv gegen Luft einhalten kann die Ausbaustufe Dimensions Rississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississ ich kann die Fähigkeit erlernen die Fähigkeit erlernen die Fähigkeit erlernen Master Quest war schön wie über die Kühe die Freude hab ich das mit ja das war auch ganz komisch oh stimmt ich erinnere mich in Lord yabu yabu ach du scheiße das war richtig Master Quest rooms das war richtig creepy was hab ich denn nicht ich bin Baum auch Klapse ausbilden mächtige fliegende Kreatur die von der Supernanny geleitet wird kann die Fähigkeiten Nazi Perfektionierung und Sturmhammer erlernen Spermium wenn die gefliegende Einheit die kleine Spermienabfall besitzt die ihr möglich feindliche Lufteinheiten vorübergehend bewegungsunfähig zu machen und zu entwaffen dann kann die Fähigkeiten Nazi Perfektionierung und Pfutz Pfutz erlernen an an okay das wollen wir haben das wollen wir das wollen wir Alter was machst du denn die ganze Zeit der Raum hat ja auch Abschuss das tut mir leid für dich dass du hier leben musst wenn du normal draußen gehst dann gehst du Maschinen was dieser Raum hat Abschuss dieser Raum hat Abschuss dieser Raum hat Abschuss ihr seid so behindert geschossen ich drehe mich was oh mein Gott ey ich kann nicht geradeaus gucken du bist richtig anstrengend man du kannst nicht geradeaus gucken die sind voll stark ich muss jetzt noch weiterentwickeln lieber nicht geradeaus gehen können als geradeaus gucken nicht geradeaus gucken nicht geradeaus gucken nicht geradeaus gucken Alter der ist hier überhaupt nicht fertig was ist denn das das ist geil das hat die Fähigkeiten genauso muss ein Virus aussehen Müll essen hier den Müll geil das muss ich mal ausprobieren das Böse unglaublich und die letzte Fähigkeit kann er nicht Bärengestalt ja die ist das gleiche ein Fehler ja glaube ich auch was waren diese Golden Wools der war die Hupen die Spermien hä ne was hat der gerade so gehut die Golden Wools ja auch schlimm weil das ist wahrscheinlich einfach nur dieser Zank ey stimmt glaube ich nicht doch ja aber der schießt mit was anderem wieso noch noch Doppelter Drogeneinfluss ok damit kennt er sich ja aus hast du denn eigentlich auch schon den Stein? nein den wollte ich nicht den fand ich kacke hä ja so jetzt hab ich kurz mit einfach dreimal schon falsch geschrieben das kann er auch nicht kann ich auch nicht entwickeln aber Kinderkontrolle die die hast du schon das letzte Hauptgebäude das letzte Hauptgebäude Mungo Station hab ich hier das ist eine Schöne bis bald Danke einer Milf wäre etwas besseres eingefallen Hallo, du kannst doch nicht vom Sugar Diamond reden Ich attacke jetzt Können die mal aufhören Mach was du willst Ja, ich mach das jetzt Einer man erkennt nichts Bauschhung abgeschlossen Das ist der Stein Achso Mach es Nein Mach es kaputt Mach es kaputt Oh Gott Corona Ich hab es auch gleich sofort bekommen Verdammte Hütte Ich hätte davon Bock drauf weil ich dann einfach mal zu Hause bleiben kann Das ist glaube ich nicht schön Warum nicht? Es ist halt immer noch eine richtig heftige Grippe Ja Dann kannst du nichts machen außer am Bett liegen und heulen Ja Nicht mehr heulen Da hast du Bock drauf Ja Okay Morgung abgeschlossen Da sind keine Feinde, oder? Ich muss ja gleich klicken Bitte helft und besiegt den Unhold und seine Kumpanen Sie sind böse und wir können nichts dagegen tun Ihr erhaltet auch eine Belohnung Den Schatz, den er uns gestohlen hat, könnt ihr behalten Und der kriegt ein Zauberbuch Ein Buch voll mit zufällig Zauber Das mache ich Das ist ja voll geil Was muss man jetzt tun? Irgendeinen Unhalt Töten wir den Unhalt Hier lang Hier entlang meine Freunde Meine Steine Hier ist ganz viel Müll, hier können wir nicht lang Das ist auch Rechts lang Gesellschaftskritisch mit dem Müll, ne? Ja Das ist ja Das habe ich sofort gebaut, nachdem ich Schiros Reisen in Zauberland gesehen habe Ah Wollte kenne ich aus das Gebäude Was ist passiert als Elfen? Kuhfladen anzünden Nach dem Anzünden seiner Scheiße Erhüllt es das lebendige Stück Scheiße in Flammen ein Was fand ich in der Leiterhand in seiner Meinung schadet Was hast du gesagt? Irgendwas ist wohl passiert Boah es nervt echt heftig, dieser Wind oder was das sein soll Überhaupt nicht Ich merke ihn schon gar nicht mehr Irgendjemand Also erstens müssen die Spermiendinger mit Spermien werfen Was man nicht sieht Ja, aber sieht man das Und womit schießt er das Buch? Ne, genau die Pferde Die Pferde haben den besten Angriff Irgendwas davon muss mit komischen Sachen werfen Aber sind die Pferde mit dabei? Die psychisch gestörten Pferde? Ich glaube nicht Die greifen mit Dimensionstouren an Ach genau Es geht nur mit Müll, nicht mit Bäumen Da sind die ganz klein Hä, ich seh sie nicht Da oben Da Da Oh, wie süß Oh, wie süß Guck mal Oh, wie süß Wie geil die Triaden einfach aussehen Oh, wie süß Guck mal hier Oh, wie süß Geht noch näher, geht nicht Müllmonster Was macht das tot? Jetzt haben wir noch Feuerbrand Da, 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 da Da, ist das ein Oh, das ist ein Pfiff WTF? Wer ist das? Ja, das ist doch eigentlich so ein komischer Typ Ja, stimmt Den haben die jetzt mit so einer Frau ersetzt Ah, wo ist der Stefan Raabmann hin? Mann Oh nein, du stirbst Oh nein Ich hab noch ein Dann ist sicher Ich leere, Mann Das ist nicht gut Mann, 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 Mann Du musst unbedingt noch irgendwann so ein Pferd benutzen Ja, ich baue es nicht mal so ein Pferd So, Klappsel Nee, so Nazi Nein, ein Pferd psychisch gestörtes Pferd Die Gehreisen so an Ich finde gut, dass ich sie Es ist besser, wenn ich das Volk erinnere als Johannes Ja, ich fand es auch nicht geil, also Das ist schon eine Scheiß-Kampagne Quatsch Du hast einfach auch meine Kampagne besser gemacht als sie ist Mit Gathering of the Nations dann Danach meinst du? Ja, sonst ist das eigentlich gar nicht gut Es ist einfach nur gestörte Scheiße Es geht einfach nur lustig, darum geht es doch Es ist einfach nur gestörte Scheiße Lustig ist das auch nicht Guck mal, das ist Müll statt Bäume Ja, dann lass es doch einfach aufhören Wir hören nicht auf Doch, Johannesbrot findet das doof Wir bleiben drin Das ist jetzt meine Entscheidung Ja, aber Johannesbrot findet das doof Aber wie lange geht denn die Kampagne? Nein Und dann 30 Level Diese Kampagne? Nein Ist in Ordnung, ich finde das geil Sieben Deine Einheiten werden angegriffen Wie geil Aber kann auch sein, dass manches davon nur Videos sind Aber das hat Johannesbrot noch gar nicht gemacht Also sieben Maps Gut Unsere Streikkräfte werden angegriffen Hä? Was ist denn jetzt los? Ich werde angegriffen Hä, ich wüsste gar nicht mehr Ja, hier war nur einer Ich hab die gebaut hier Also der Sinn von den Nazi-Laborversuchen ist ja, dass ein Nazi ein Pferd und ein Mensch zusammengenäht hat, ne? Hat man das jemals verstanden? Nein Okay Warum sollte jemand das tun? Weil Nazis solche Sachen gemacht haben Die haben Menschen aneinander Ja Genäht und geguckt, ob die überleben Echt Das muss ja auch mal gemacht werden, ne? Irgendwann muss man damit immer anfangen So Da war die Hose Was? Entschuldigung Hä? Wenn du den Virus anklickst, ist da eine Hose Ja! Hose! Guck da auf dem Einheiten... Es ist einfach keine Reaktion Malphurion, okay Guck mal Was? Nichts Was denn? Du bewegt sich einfach so zu viel Ich bin jetzt sicher Weil die Hose In den Büchern denkt man immer, oh und die Kuliante ist oder was Ja, ja! Das ist voll irritierend K auf der Beschlossene verrichtete Reise zur Hauptstadt des Auftrags Hauptsache mal wieder nach der Fülle ja wie immer bei Johannesburg sie sind noch ziemlich zu nehmen